Hi Leute, willkommen zurück in einer neuen Folge. Heute würde ich ankündigen, wir haben einen neuen Kanal gemacht, ich, Silly und Colin. Vielleicht kann sich noch jemand melden, wer halt Bock hat, der meldet sich in den Kommentaren. Und Leute, natürlich der liebe Silly macht mit, ganz klar natürlich. Ja, ähm, Silly wird natürlich auch kommen. Keine Sorge, Fortnite wird kommen, GTA wird kommen, alles mögliche. Leute, auf jeden Fall war das eine kleine Ankündigung für euch. Und Leute, bleibt geil. Denn, Leute, das war eine Ankündigung, könnt ihr diesen Kanal bitte abonnieren. Wir sind jetzt unser Gaming-Kanal, ich werde dort sehr oft streamen. Dann tschö, Leute, das war's mit einem kleinen Video. Dann tschö.